Selten trifft man auf eine Stadt, die so geschickt Tradition und Moderne miteinander verwebt wie Kyoto. In dieser historischen Perle Japans verbergen sich die Geheimnisse einer jahrhundertealten Kultur, die in den Tempeln, Gärten und engen Gassen zum Leben erwacht. Gleichzeitig pulsiert Kyoto als eine moderne Metropole, die Innovation und Tradition in perfektem Einklang vereint. Von den schimmernden Kirschblüten im Frühling bis zur besinnlichen Stille der Zen-Gärten. Kyoto verzaubert mit einer Magie, die sowohl die Seele als auch die Sinne berührt. Tauchen Sie mit uns ein in die faszinierende Welt von Kyoto und entdecken Sie, warum diese Stadt unzählige Reisende aus aller Welt in ihren Bann zieht. Das Geischerviertel Jion entführt Besucher in die Eleganz der Vergangenheit und eröffnet die Möglichkeit, die Kunst und Kultur der Geischer hautnah zu erleben. Im Bambuswald von Arashiyama, einem der bekanntesten Bambuswälder in Japan, wachsen die Bambuspflanzen dicht und erreichen Höhen von bis zu 20 Metern. Dieses imposante Wachstum verleiht dem Wald eine beinahe märchenhafte Atmosphäre, wenn das Sonnenlicht durch die Bambusrohre dringt und ein faszinierendes Spiel aus Licht und Schatten auf den Waldweg zaubert. Ein Spaziergang hier fühlt sich an wie eine Reise in eine andere Welt, die Ruhe und Inspiration bietet. Die Higashiyama-Gegend ist eine wahre Zeitreise in die Geschichte Kyotos. Hier reiht sich ein buddhistischer Tempel an den Nächsten und schmale Gassen führen durch ein historisches Viertel, das von der reichen Kultur und Geschichte dieser Stadt zeugt. Die historischen Tempel, darunter der Kiyomitsu-dera und der Yasaka-Schrein, sind nicht nur religiöse Städten, sondern auch architektonische Meisterwerke, die die Kunstfertigkeit vergangener Jahrhunderte widerspiegeln. Beim Schlendern durch die engen Gassen mit ihren traditionellen Holzhäusern und Geschäften fühlt man sich in eine vergangene Ära versetzt, in der Kyoto das politische und kulturelle Zentrum Japans war. Die Higashiyama-Gegend ist somit ein lebendiges Museum, das die Pracht und den Glanz der alten Kaiserstadt eindrucksvoll bewahrt. Der Philosophenweg am Biwa-See ist eine poetische Reise durch die Schönheit der Natur und des menschlichen Geistes. Hier erwarten sie nicht nur malerische Ausblicke auf den See und die umliegenden Berge, sondern auch die Gelegenheit, in die Gedankenwelt berühmter Denker einzutauchen. Dieser friedliche Pfad, gesäumt von Kirschbäumen, ist eine Einladung, die Ruhe zu finden, die sie suchen und sich von der Natur und den philosophischen Impulsen inspirieren zu lassen. Während der Kirschblüten-Saison im Maruyama-Park, die im April in ihrer vollen Pracht erstrahlt, verwandelt sich der Himmel in ein zartes rosa Meer aus Blütenblättern. Die Kirschbäume in diesem Park sind berühmt für ihre Schönheit und symbolisieren die Vergänglichkeit des Lebens in der japanischen Kultur. Das fröhliche Hanami-Picknick, bei dem Familien und Freunde unter den blühenden Bäumen zusammenkommen, ist ein herzliches Fest, begleitet von Lachen und Fröhlichkeit. Es ist eine Zeit, in der die Japaner die Schönheit der Natur feiern und die Gesellschaft ihrer Lieben genießen. Der goldene Pavillon, Kinkaku-ji. Dieser zen-buddhistische Tempel hat ein Obergeschoss, das komplett mit Blattgold überzogen ist. Er steht neben einem idyllischen, lotusbedeckten See und wurde im 14. Jahrhundert von Shogun Ashikaga Yoshimitsu erbaut. Dieser Ort strahlt eine unvergleichliche spirituelle Aura aus. Fushimi Inari Taisha mit seinen 10.000 Torii-Toren bietet nicht nur einen beeindruckenden Anblick, sondern auch einen spirituellen Pfad, der die Besucher auf eine mystische Reise führt. Der Affenberg Arashiyama ist ein einzigartiger Ort, an dem über 100 japanische Makaken in ihrer natürlichen Umgebung leben. Diese Affen sind an die Anwesenheit von Menschen gewöhnt und ermöglichen es den Besuchern, sie aus nächster Nähe zu beobachten. Hier kann man nicht nur die faszinierenden sozialen Interaktionen der Affen studieren, sondern auch ihre verspielte Natur und ihre beeindruckende Intelligenz erleben. Dieser Ort bietet eine seltene Gelegenheit, die Tierwelt Japans hautnah zu erleben und eine Verbindung zur Natur zu spüren. Der Shoren in Tempel lädt mit seinem Sensteingarten Besucher dazu ein, die Hektik des Alltags hinter sich zu lassen und in eine meditative Stille einzutauchen. Der Nishiki-Markt ist ein wahres kulinarisches Paradies in Kyoto. Mit über 100 Ständen und Geschäften bietet er eine unvergleichliche Vielfalt der japanischen Küche. Hier kann man nicht nur die traditionellen Aromen und Gerichte Japans kosten, sondern auch in die bunte Welt der lokalen Spezialitäten eintauchen, die oft seit Generationen von den Händlern und Köchen liebevoll zubereitet werden. Von frischem Sushi über gegrillten Fisch bis hin zu exotischen Delikatessen wie eingelegten Gemüsen und süßen Leckereien gibt es hier für jeden Gaumen etwas zu entdecken. Der Nishiki-Markt ist nicht nur ein Ort des Genusses, sondern auch ein Schaufenster in die reiche kulinarische Kultur Japans. Vielen Dank fürs Zuschauen! Wenn Ihnen das Video gefallen hat und Sie sich inspiriert fühlen, Kyoto zu besuchen, dann geben Sie uns bitte einen Daumen nach oben. Wir wünschen Ihnen eine fantastische Reise und unvergessliche Erlebnisse in dieser faszinierenden Stadt.